ich denke doch meine waffe wechseln klasse hat nichts genützt das ist im inventar ja die hören auf uns drehen und der ist im inventar ich habe mir nur schnell eine neue waffe ausgesucht kann jetzt wieder die tag zermanscht er bringt er jetzt power bringt er jetzt 300 nova zieht jetzt mit dem schlag ab 350 oder so übelhändig gleich drauf her ich auch übelhändig ich auch später kriegt rechts lang erstmal wirklich sagen naja ist richtig doch nicht ich komme nicht hoch ach so jetzt komme ich hoch hast du jetzt eingesammelt was hier hinten gelegen hat am rand an war dresden und ich im kreis ich warte willst Du Florida tanzen oder was? historically da 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 t 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 h h h h h h h h h o Scheiße ich verbrenn grad mein Tisch Oh ich hab Gold Ah, ich hab meinen Boden vollgearscht Uh uh hier hört sich was nicht gut an Wohahstarter Komm her du Freundchen du Zack, Zack Haha Ist doch nicht Denner Zack, Zack So, das kann ich noch nicht tun Kappen Oh, ich hab von hinten jemand Achso, ich dachte, du lagst da noch rum Ne, ne, ich hab von hinten Halt von hinten, okay Ja, nicht so, wie du denkst Wir halten sie auf Kaschert, Kaschert Weiter schnell, bevor diese Säule unter uns einstürzt Ja, wie weiter Ach da Und du? Zahra, ich hab gut gemacht Was haben wir getan? Tor auf Merkst du, du quatschst Das ist ganz anders, als das hinten drunter steht Ja Sehr kurios Hä? Das muss man Na Die Kette kommen wir auch nicht Ah, wir sollen die hoch Da sind Bogenschützen auf den Säulen Da sind Bogenschützen auf den Säulen Da sind Bogenschützen auf den Säulen Noch mehr gefallen, Netzwerk, wir müssen ganz nass Schnell weiter Wenn sie uns entdecken, haben wir gleich eine ganze Armee gegen uns Ja 500 zieht jetzt ab mit dem Schuss Auf der Entfernung Hier oben gehts weiter, es geht hier noch hochwärts Ja, ja, ich Holger die hier hochwärts Ah, hier ist eine Kiste Was ist denn dann hier unten? Was ist denn dann hier unten? Was ist denn dann hier unten? Aber da gehts kaum weiter Nö Dom ist nur eine Kiste Onkel Moment Nur da jetzt lang Nischt Oh, was ist jetzt los? Was war denn? Oh, jetzt wurde die Kette übelst laut Ah, hier ist die Brücke Alter, ich finde das Spiel geil Obwohl da so ein paar Bugs drin sind Und der andere Sachen sagt als Was da steht Aber so an sich ist das schon geil Boah, Alter Mein Freundchen Nimm mal die Platt hier Zack, 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 zack Zack 108 mit ehemaliger Siehste So macht das doch Spaß Gönne was? Ne, hier ist nicht, wir müssen raus Wack mal da jetzt lang Wack mal da jetzt lang Wir gehen erstmal hier lang Hier ist nur Zeug Ah, hier ist ne Kiste Hier ist nur Zeug Ah, hier ist ne Kiste Okay So Hier von sieben gefunden Ach, Schriftrollen Wir haben fast alle Schriftrollen Müssen wir nämlich zu hell runden Müssen wir nämlich zu hell runden oder sieben Gibt's nur zu viel Wände Gibt's nur zu viel Wände Oh, verkaufen, verkaufen, verkaufen Verkaufen Boah Boah, Alter Beihandschwert Verkaufen Schatz des Drachen Habe ich jetzt Auf je gekriegt Mh Ich hab nur das Zeug verkauft Hab Schatz des Drachen gekriegt Bist du Lehrmeister? Ja, du bist Lehrmeister Achso Oh, jetzt hab ich hier aber Kann weg M3 ist hier Der kann weg Achso Ich vergesse immer mein Inventar zu verkaufen Also Bist du schon Ja, wenn ich auch grad dabei Schlechterinnen aussortieren Guck mal Warte doch mal Ich so schnell bin ich nicht Ja, du bist doch noch eben Guck mal Sache ich doch Wo ist das nicht so in der Kiste? Soll ich da jetzt die ganze Zeit hier zu gucken? Ja, 30.000 habe ich schon fast So, jetzt muss ich mal gucken Was die meine Waffen sahen Das ist schlechter 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 Obwohl das hat mehr Angriff So Schaden 235 So Habe ich schon das beste Schwert jetzt ausgerüstet Ich folge der Offe Fusche Onkel Ich folge Grumme Ich denke mal Wenn du genug verkauft hast gibt es die Trophäe Ich denke mal gibt es die Trophäe Hm Brachenschatz oder wie das Ding heißt Oh, ich hab ne Gold Aua Ja Das stimmt Also Jetzt hat jetzt bestimmt was unten runter stand Ich denke mal die sind auch manchmal überfordert weil der auf jeden Fall so viel sagen will Das muss sein Dude Alter, was ist denn hier? Oh, Schützen auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Mauer sitzt ein kleiner Bogen, Schütze. Alter! Kommt die denn jetzt her? Boah, killt der mir eh nicht, die Dreck-Sau. Okay. Bein abgehackt, Höhe. Wo sind denn hier Bogenschützen auf der Mauer? Ich habe keine Ahnung, aber hier geht es weiter. Hier sind wir lang, Onkel. Hier ist doch noch was, oder? Oh, was? Hallo, Guckuck. Hier oben nicht, ne. Oh, doch, hier ist halt ein Goldbatzen hiervon. Oh, hier können die Hütte vielleicht. Jupp. Oh, komm her, mein Freund, ich mach' glatt. Ich hab' dich halt gefressen, ne. Oh, nisch. Ui. Er ist runtergeflogen. Weichei. Er ist runtergeflogen. Ich, ich hab' ihn verholt. Ich steh' da sich vor meinem Pfeil, der Arsch. Er hat 98. So, jetzt brauche ich erstmal heilen. Ich muss Pfeil lassen, der links. Ja, ich will aber erstmal heilen. So, jetzt voll. Ne, doch nicht voll. Jetzt voll. Die haben auch noch was fallen lassen hier hinten